Gerechtigkeit weiten lassen. Ah, leck mich doch alle fetter am Arsch hier, ich hab keinen Bock mehr. Bist die Scheiße... Ist das doch irrt? Ich habe zwölf Löffel und folgt... Hallöchen und Fing und willkommen zu einer neuen Folge of Craft Attack 3 mit Kevin. Abonniert mich. Abonniert mich und ich gehe jetzt auf den Server. Ich habe mich kurz eingeloggt und etwas gesehen. Ich wurde getrollt! Mein Haus wurde zu einem botanischen Unterwassergarten umgebaut. Von wem und warum? Hauptsache, mein Villager geht noch. Kannst dir ja mal überlegen, lieber Earlyboy, ne? Kevin. Es gibt so ein Sprichwort. Weißt du, wie das geht? Man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Kevin. Und nachdem du gestern der Meinung warst mit dem lieben Zander... Das war Zander seine Idee! Ja, und ich habe doch genau gesehen in deinen Videos und in seinen, wie du mitgemacht hast und mir einen BMW oder so gebaut hast. Hast du ihn getrollt? Ja. Gut. Habe ich dich getrollt? Ja. Wann denn? Keine Ahnung. Ja, ne? Keine Ahnung. Wir haben dir ein fettes Haus dahin gebaut. Ja, und? Wir wollten dir helfen. Ich habe dir einen BMW geschenkt. Einen fetten 140.000 Euro BMW habe ich dir dahin gestellt. Ja, der sah einfach nur scheiße aus. Das sieht aber nicht so gut aus. Wie ein Steinkackhaufen, Junge. Leck mich. Ihr habt mir Mühe gebt. Ich habe dir eine Dachterrasse gebaut. Ich habe da auch noch schön, dass man da sitzen kann, den gestellten Grill habe ich dir auch noch hingebaut. Ja, ich habe auch dein Haus angebaut. Ich finde das schön. Groß G-Time. Leck mich. Ja, ich habe dir eine Wasserwelt gebaut. Ich finde die schön. Ja, ich lebe da gerne drin. Ich hoffe, du hast Zander auch eine schöne Wasserwelt gebaut. Nein, Zander hat ja vorher den Dirt-Roll bekommen. Ich bin sogar hingegangen und habe dir drei Villager hingegangen und gefangen. Ja, toll. Das macht das auch wieder gut, Early Boy, ne? Ja, die sind selten. Hast du die umgewandelt? Ich hatte ja wenigstens den Anstand, dem Zander. Hast du die Villager umgewandelt? Eine Dier-Schaufel durch. Ich habe die umgebracht. Warum? Was will ich mit denen im Moment? Dann hätte ich die umgewandelt. Ey, da war ein Librarian bei. Da hätte ein seltenes Buch bei rumkommen können. Ja, und? Ja, wenn das ein Manning-Villager geworden wäre. Ja, dann ist er jetzt weg, Early Boy. Okay, wenn du was anstellen. Ja, hast du mir wenigstens den Pickaxe geschenkt, damit ich das abbauen kann? Oh, Roadpitz ist da. Calvin, wo ist die Pickaxe? Ey, yo, yo. Calvin, wo ist die Pickaxe? Was für eine Pickaxe? Ja, damit ich das hier abbauen kann. Ich habe dir keine gegeben. Warum nicht? Ja, weil du mir auch nichts dagelassen hast, als ich die Steine hier hatte. Ich habe dir drei Dorfzammis dagelassen, damit du die an die umwandeln kannst. Das ist mir scheißegal. Du hast mir trotzdem keine Spitzhacke dagelassen. Nein, was ist denn? Nein, was ist denn? Ich habe keine Pickaxe. Ja, und? Dann wird das da so lange stehen, bis du eine hast. Von mir wirst du keine kriegen, Early Boy. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ich musste komplett eine Dia-Spitzhacke, die komplett repariert ist, gestern verbrauchen. Sander hat das meiste gebaut. Ja, und? Das ist mir egal. Trotzdem hättest du nicht mitmachen dürfen. Nee, du lieb, du lieb, du lieb, du lieb. Du hättest dir sogar abhalten müssen davon. Nein, wir wollten dir helfen. Ja, ihr wolltet mir helfen. Ihr habt mir nicht geholfen. Ihr habt mein Haus unschön gemacht. Wir haben dein Haus verschönert. Nee, ihr habt es hässlich gemacht. Immer diese undankbaren Kevins. Ja, immer diese Early Boys, die der Meinung sind, wenn man ihnen hilft, dann auch noch zurückzutrollen. Richtig undankbar. Ist das dein fucking Ernst da oben, das Ding? Ist das... Du willst mich doch ver... Leck mich doch... Nee. Einfach nee. Nee. Das kannst Geld machen, ist mir scheißegal. Early Boy, übrigens... Ähm... Ah, das ist auch noch komplett... Ach, leck mich doch am Arsch. Mal kurz eine Frage, Early Boy, ne? Kannst du dich noch an die Abmachung erinnern? Was für eine Abmachung? Du sollst einmal in der Woche für deine Zuschauer streamen. Diese Woche hast du das noch nicht gemacht, ne? Ja, ich kann diese Woche auch nicht streamen. Ja, dann wirst du direkt morgen den nächsten Troll reinkriegen. Du kannst dich mal am Arsch lecken. Ihr habt gesagt, dann muss ich nächste Woche halt zweimal streamen. Das lassen wir nicht gelten. Das habt ihr gesagt. Okay, ich werde das mit Zander nochmal durchsprechen, aber... Es kann trotzdem sein, dass du vielleicht schon einen kleinen Vorwarnungstroll kriegst. Nee, das bedeutet... Okay, ihr willst doch gar nicht, ob ich noch nicht streamen will. Ich weiß nicht, ob ich noch vielleicht am Sonntag streamen will. Leck mich. Wir werden dir eine kleine Drogen sonst da lassen am Sonntag. Ich lasse dir gleich eine Drogen da. Wenn du nicht streamt hast. So, ich werde jetzt erstmal in die Farm eben gehen. Ich werde erstmal ganz kurz ein paar Level holen. Oh, hier ist nochmal ein Billager. Ach, sogar ein Farmer. Dann gib ihn her, dann wandle ich ihn doch, bevor du ihn tötest. Ich habe schon beide umgebracht. Hier waren zwei Stück. Was bist denn du für einer, Alter? Du nimmst hier alle Villager bei dir auf. Bist du irgendwie so ein Nomadenlager? Nee, ich bin ein netter Mann. Ein netter Mann. Der handeln möchte. Mit den Villager-Zombies. Ja. Ich habe noch was anderes auf Lager. Du warte mal ab. Du wirst es sehen. Du wirst es nur sehen. Ja, ich kann dir nur sagen. Ich würde an deiner Stelle vorsichtig sein. Das kann auch noch schlimmer werden, was ich da so mache. Beim nächsten Mal kann es sein, dass es gar kein Wasser mehr ist. Ich werde das auf andere Art und Weise regeln. Ich werde das auf andere Art und Weise regeln. Willst du mich jetzt töten? Nee, pass du mal auf. Ich bin der Don Diablo von Craft Attack, Junge. Ja, 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 ja. Wir haben ja aber richtig viele Bögen drinnen, ne? Mal gucken, ob wir hier mal so einen richtig schönen OP-Bogen kriegen. Sondern er hat gesagt, da war ein Bogen drin, der unnormal OP war. Mit Power-Zone. Ja, ja, der hatte so einen richtig heftigen Bogen, hat der bekommen. Ja, die sind halt selten, ne? Kriegst nicht immer. Aber immer öfter. Oh, hier ist sogar, glaube ich, einer mit Infinity drin. Wo kommt dieser scheiß Bogen denn her? Ach, da unten. Ist schon die Sache am Entfernen? Oh, scheiß Skelett, ey. Nee, hier ist keiner mit Infinity drin, ne? Die sollten mal lieber nur die Infinity-Bögen sammeln. Oh, ich drehe im Rad. Mal eben ein bisschen hier aussortieren. Ich frag das so tierisch, ob ich meine Pickaxe verloren hab. Wieso hast du die verloren? Ja, weil ich gestorben bin. Ich habe nur noch eine scheiß Eisen-Pickaxe. Eine stinknormale Eisen-Pickaxe. Ja, dann musst du vielleicht mal ein bisschen mehr hier tun, Early Boy. Aktiver werden. Ich habe im Moment keine Zeit. Dann kannst du dich aber auch nicht beklagen. Hier ist noch mehr Wasser. Vor allen Dingen, du trollst mich und verlangst dann noch, dass ich dir eine Pickaxe gebe. Wie dreist ist das denn? Der Zander hast du auch eine gegeben. Ja, der Zander ist ja auch nicht so wie du. Du bist ein... Verarschen. Ja, der Zander, wenn der getrollt wird, rollt der zurück, ja. Aber du trollst ohne Grund. Welchen Grund hattest du denn, mich zu trollen? Ich wollte Zander helfen. Der hat mich gefragt. Ja, du bist aber selber schuld, wenn du dann auch abkriegst. Außerdem hast du mich schon... Ach, läch mich am Arsch. Ja, du hättest ja auch in der Zeit, wo Zander mich getrollt hat, ähm, hier, ähm, wie heißt es? Revi trollen können. Ja, ja, sowieso dich noch richtig rannehmen wird. Weil du dem pink... Weil du dem pinkes Glas ins Haus gesetzt hast. So einen Kack hab ich getan. Ja, dann war das Klimm in deinem Namen. Dann müssen wir uns, glaube ich, heute mal an Klimm rächen. Denn wegen dem wirst du von Revi Ärger kriegen. Ich glaube nicht, dass Klimm irgendwas damit zu tun hat, sondern dass du mich gerade einfach nur gegen Klimmi aufhetzen willst. Nein. Du kannst dir gerne meine Stream-Wiederholung anschauen. Da war irgendwie so ein lilanes Glas im Haus und da stand irgendwie, äh, Pink Passion vor, äh, vor Burgermeister oder so. Und dann stand da gezeichnet, Early Boy. Kein Scherz. Hallo, was soll das denn? Du wirst das sehen, wenn das nächste Mal Revi online kommt und dich einfach tötet deswegen. Dann klag ich ein, dann reich eine Klage ein. Ja, aber dann musst du das ja gegen Klimm machen, weil Klimm hat ja so gesehen in deinem Namen gehandelt. Nein, es ist mir egal. Es ist... Äh, statt das... Statt Ermittlungen einzuleiten, geht der Bürgermeister einfach hin und tötet mich. Das ist nicht gerecht. Nö, ist es nicht. Ja, er hat ja so gesehen die Ermittlungen eingeleitet. Ich weise dich jetzt schon mal darauf hin. Und du hättest jetzt die Chance zu klimmen. Das war's mit meinem Haus. Wieso war's das? Das war's mit meinen ganzen Sachen. Hier ist gerade ein Creeper explodiert. Cool. Jetzt legt ihr mein ganzes Essen rum und wird gleich die spawnen. Boah, ich könnte kotzen, ne? Das ist das nächste Explode. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Ich geh kotzen. Ich geh kotzen. Ich geh einfach kotzen. So, jetzt hab ich schon mal elf Level. Kann ich gleich die Spitzhacke, die ich gestern benutzen musste, zum abbauen der Steine, die ihr ja mal in mein Haus gesetzt habt, reparieren. Toll. Verliere gerade eine Doppelkiste Chicken. Und ich verliere gerade vier Diamanten. Danke, Kevin. Weil ich eine Spitzhacke reparieren muss, wegen euch. Wegen Zander. Bitte. Was, wegen Zander? Junge, du hast die Steine aufgesetzt. Jetzt versuch dich nicht hier so aus der Affäre zu ziehen, mein Freund, ja? Geh deine Taten ein, du Schuft. Jetzt sterbe ich auch noch. Oh, ich stehe kotzen. Und übrigens hast du auch noch meine Ender Crystals zerstört, ne? Das wollen wir ja auch mal nicht hier... Ah, leck mich am Arsch, Kevin. Du merkst, die Liste deiner Taten häuft sich, Early Boy. Kannst mich am Arsch lecken. Ja. Und da können die Leute noch so rummeckern, Early Boy. Du musst bestraft werden für die Schandtaten, die du mir angetan hast jetzt in der letzten Zeit. Leck mich. Das ist das für Chief Protection. Gut, meine Hose ist kaputt. Sehen wir das an. Ich muss jetzt mal ganz kurz... Alter, ich habe aber auch gar nicht mehr so viele Diamanten. Das schmerzt schon richtig, die vier, die ich jetzt verbrauchen muss. Das machen soll, Leute. Komm, wir machen nur drei rein. So. Da kommt noch ein Arschloch-Creeper. Ich gucke mir das Disaster mal bei dir an, was da so abgeht. So, wo ist jetzt der Rest von meinen Sachen? Wow, alles nicht da unten rum. Alles Kevin Schuld, schön wieder. Wieso ist alles meine Schuld, Early Boy? Wenn du gestern dem Zander nicht geholfen hättest, ne? Leck mich. Dann wäre das nicht passiert. Ich werde zum Beweis, was du mir angetan hast... Oh, da steht ein Weihnachtsbaum. An dieser Stelle werde ich als Beweis, was du mir angetan hast mit Zander... ...zusammen einen Screenshot einfügen, damit die Leute nur mal sehen können, wie der Troll aussah. Ansonsten guckt euch das Video von Early Boy oder Zander mal an von gestern. Dann wisst ihr, warum das alles hier passiert ist, ne? Early Boy. Oh, kleiner. Leck mich. Da hilft dir dein Schild auch nicht mehr. Kann sich doch um Stunden handeln. Guck mal, du hast doch das Wasser schon entfernt. Ja. Und die Steine, das sieht doch richtig schön aus hier. Leck mich. Guck mal hier. Hier hast du sogar einen Eisblock. Boah, dieser Arschloch-Baby-Zombies. Ich glaube, es ging die Arschlöcher nicht an. Alter, wie viel Hühner hast du bitte? Ja, ein paar. Ich weiß aber, dass da welche fehlen. Wo? Bei deinen Hühnern. Wieso? Weil jemand gestern, äh, ja, das Ding ein bisschen irgendwie auf... Äh, nee. Ich glaube, Yves ist da reingefallen und hat sich dann rausgebaut und dann ist er dabei, ja. Kannst du dir schon vorstellen, ne? Sind ihr ernst? Blöde Kuh. Guck mal, wie wenig da drinnen sind nur noch. Jede Mal an Selby, du kommst einen Tag online... Ehe, das hab ich verkackt. Wieso hast du verkackt? Was ist los? Ah, weil ich gerade mein Essen da reingeworfen hab. Was ist denn, Nick? Hä, was hast denn du für Probleme? Komm doch mal hierhin, guck doch mal hier die Kiste an, wie Kiel da ist. Willst du mich verarschen? Ja, aber ich hab hier noch ne Doppelkiste voll, die ich zusammengefarbt hab. Erwin, verpiss dich. Ja. Verpiss dich. Ich hab gehört, du bist doch ein Freund von Hühnern. Verpiss dich. Erst mit dir, dass ich bei meinen Hühnern... ...und dann so ne Kacke. Hör, die Boy. Wenn du nicht aufhörst, dann werd ich dich jetzt töten. Gut, dann werd ich leider... ...Krächtigkeit walten lassen. Ah, leck mich doch alle Fett am Arsch hier. Ich hab keinen Bock mehr. Biss dich scheiß... Ist das Deut Erd? Ich hab jetzt zwölf Level und wollte grad verzaubern! Du hast... Du hast mich angegriffen. Boah, leck mich am Arsch. Boah, leck mich am Arsch. Ich wollte gerade mein... Ich wollte mir neue Schwertkraft und das verzaubern! Boah, ich drehe am Rad. Ich drehe am Rad. Leck mich! Ich hab noch acht Level. Komm her, ich verzauber dir das. Was? Übrigens, wenn... Aber soll ich dir einen Trick verraten, wie du viele XP kriegst? Das ist jetzt... Ich verarsch dich jetzt nicht, ne? Mir egal. Ohne Witz jetzt. Wie du in einer Folge zum Beispiel, wenn du was verzaubern willst, ganz schnell Level 20 wirst. Soll ich dir wirklich verraten den Trick? Early Boy? Was? Soll ich dir den Trick verraten? Was? Wie du schnell levelst. Ja! Guck mal, hier steht sogar noch eure Werkbank in der Luft. Was für eine Werkbank? Ja, aber die ihr benutzt habt gestern, um mich zu trollen. Weiß ich doch nicht. So. Ich kann dir einen Trick verraten. Damit tust du mir was Gutes, aber dir selbst auch. Übrigens, wenn du mal Hunger hast, hast du schon das Steakhouse in der Stadt gesehen? Ja. Das habe ich extra für dich gebaut, ne? Aha. So viel dazu. Und du trollst mich, ja? Ich habe richtig netterweise das Steakhouse für dich eröffnet. Mhm. Ja? Kannst du die Zuschauer fragen? Mhm. So, wenn du mal XP brauchst, dann kannst du einfach meine Kühe füttern. Das ist eine gute Idee. Da kriegst du nämlich richtig gut XP. So, Freunde. Ich würde aber sagen, wir sind auch schon am Ende der Folge angekommen. Mhm. Early Boy ist wieder mega motiviert. Ja. Ja, das hast du dir aber alles selbst zurückgeschrieben. Dann hättest du mich nicht trollen dürfen. Wenn es euch gefallen hat, liebe Freunde, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst. Und einfach mal in die Kommentare schreibt, Erziehungsstellen für Early Boy. Okay. Damit er beim nächsten Mal... Bitte? Lauter Typ mir auch nochmal nach Moderation. Ja, weil du bist ja gerade, glaube ich, so ein bisschen eingeschnappt. Nee. Wollt gerade abmoderieren. Ja, dann mach das. Gut. Schreib mal Kevin in die Kommentare. Hashtag. Hashtag, wann nehmen wir denn? Erziehungsstellen für Early Boy. Hashtag, äh. Erziehungsstellen für Early Boy. Das hier. Guck mal unten bei mir im Chat. Das hier schreibt ihr bei ihm in die Kommentare. Genau so. Genau das schreibt ihr bei ihm in die Kommentare alle. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Gebt ein Däumchen nach oben. So ein Mitleidsdäumchen. Ja. So ein Däumchen nach oben. Jetzt kommst du auf die Mitleidstour. Sei ruhig. Ein Däumchen. Nein, nein, nein. Ruhig jetzt. Ein Däumchen nach oben. Bedeutet eine Stelle für Kevin. Gut. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Jo, alles klar. Alle, die ein Däumchen nach oben da lassen bei mir, die tun damit einfach befürworten, dass der liebe Early Boy das verdient hat, weil er mich auch getrollt hat, obwohl ich nichts gemacht habe, ne? Wenn ihr ein Däumchen bei mir nach oben gebt, dann gebt ihr damit, dann zeigt ihr damit, dass ich das nicht verdient habe. Ja. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.